Musik Ich begrüße Sie im Kirchewirt in Saarferstetten. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns einmal vorbeischauen. Bei uns gibt es Fischspezialitäten, frische Bachsaiblinge, heimische Fische oder wie es jetzt ist, Wildspezialitäten. Heute gibt es Kalbsweber Berlin mit Röstzwiebeln, Salbei, frischen Rosmarin, gebraten Apfelscheiben, Kirschen und das Beilage Kartoffelpüree und Kalbsschü gibt es dazu, also ein bisschen Kalbsschü.